Wolfgang, ja, grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des FC Salzburg. Man kann sagen, der Zirkus ist wieder in der Stadt, die dritte Runde in der Champions League Gruppenphase steht auf dem Programm, die roten Bullen morgen gegen den SSC Napoli. Die Pressekonferenz mit Jesse Marsch und Max Weber und wir freuen uns über eure Fragen. Simone mit dem Mikro. Ich habe gestern gelesen, dass Sie in der Vorbereitung mit den Spielern sich die Videos von allen zehn Spielen von Napoli angeschaut haben. Ich habe selber nachgeschaut, Angelotti hat in fünf Spielen dieser zehn mit dem 4-4-2 gespielt und in den anderen fünf Spielen, also immer mit einem anderen System. Wie erwarten Sie morgen Napoli und ist das wichtig für Sie, mit welchem System jetzt Napoli morgen aufkreuzen wird? So, das System ist ein bisschen anders auf dem Platz, aber nicht auf dem Platz. Ja, Sie spielen oft mit der Aufbauung mit einer Dreierkette und zwei breite Spiele und dann viele gute Bewegungen in der Mitte und alles. Und Sie haben mit vielen Spielern gespielt und so. Die Art und Weise von den Gegnern ist besonders mit der Qualität auf dem Platz und mit der Idee von dem Trainer. Aber es ist nicht so anders von Spiel zu Spiel. Und was ist wichtig für uns ist zu verstehen, was die Gegner möchte und natürlich, was möchten wir. Okay, allora la domanda all'allenatore è che, io ho letto ieri, che avete visto per la preparazione, avete visto tutte le dieci partite disputate del Napoli. Ancelotti in cinque di queste partite ha giocato col modulo 4-4-2 e nelle altre cinque partite ha usato un altro modulo. Come vi aspettate il Napoli domani, la risposta? Il modulo è stato sempre diverso, è diverso sul foglio che poi nel campo, come si vede nel campo, non cambia molto. Gioca normalmente con tre in difesa, fanno buoni movimenti in metà campo, hanno fatto giocare tanti giocatori. E' una cosa speciale, si può dire, sì, ma con tanta e molta qualità in campo, non ci sono state, come ho detto, tanti, non è tanto diverso come ogni modulo all'altro modulo. Noi dobbiamo capire quello che vogliono e noi dobbiamo concentrarsi su di noi. Gubbert Kiegler, bitte. Jesse, Salzburg hat eine sehr junge Mannschaft. Was ist der Vorteil der Jugend und welche Vorzüge haben die jungen Spieler, einer sitzt am Podium, die jungen Salzburger Spieler im Besonderen? Gubbert Kiegler, grazie a tutti. So, ich erwarte eine mutige Leistung morgen und eine Mannschaft, das ist ganz bereit für einen guten Gegner. So, wir sind sehr begeistert. Sehr begeistert. So, wir sind hier in Besonderen. Sì, infatti, è una squadra molto giovane, ma il vantaggio di una squadra giovane è che non hanno tanto paura in campo. L'eccezione era stata la partita a Liverpool, ovviamente è stata abbastanza difficile in quello stadio, giocando anche contro quella squadra fortissima, ma abbiamo imparato da quella partita a Liverpool e qua a casa sappiamo che siamo forti, che ci sentiamo bene qua in casa, dobbiamo essere coraggiosi e siamo pronti per essere protagonisti domani qua in campo. Gubbert. 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 und ich will Absolutely. Gubbert. Guten Tag Herr. Können Sie das heute wissen, die Qualifikanziativota wanna? in dieser десятigen rundher? Ja, es ist zu früh für diese Thema jetzt. Jetzt ist unser Fokus für diese Gegner und dieser Moment. Ja. Jeder Mannschaft in diesem ganzen Turnier hat viel zu tun, für uns ist der Fokus für dieses Spiel. Verrichtungsweisend ist denn dieses Spiel morgen gegen Napoli, wenn es eben um das Zielaufstieg ins Achtelfinale geht? Ja, natürlich. Es kann für beide Mannschaften natürlich dann in eine gewisse Richtung geben. Aber ja, wir sind sehr selbstbewusst. Wir wissen, was wir drauf haben. Von dem her selbst, wenn morgen nicht das gewünschte Ergebnis rausschaut, haben wir nur immer dann drei mögliche Spiele. Aber ja, wir sind sehr selbstbewusst, dass wir morgen einen super Auftritt hinlegen werden. Also, la domanda era, che impatto potrebbe avere la partita di domani, in vista anche della qualificazione nel prossimo turno? Secondo me, la risposta, secondo me, non ci pensiamo a quello. Noi siamo pieni di fiducia, siamo molto fiduciosi, anche dopo i risultati ottenuti. Anche se in caso domani non riesciamo a ottenere il risultato che vogliamo, rimangono ancora tre partite in questo girone. E questo lo sappiamo, ma siamo pieni di fiducia, affrontare l'avversario di domani. Napoli kommt mit sehr viel Offensivpower. Wie viel Arbeit wird da morgen auf eure Defensive zukommen? Gerade auf dich auch in dem Fall. Ja, ähnlich viel wie gegen Liverpool natürlich. Es sind wieder fünf, sechs Offensiv-Weltklasse-Spieler dabei. Von dem her wird es sicher nicht einfacher wie gegen Liverpool. Aber ich bin mir sicher, wir werden nicht in der Defensive die ersten 30 Minuten wieder verschlafen, sondern werden vom Ampfiff an zu 100 Prozent am Platz stehen und mit elf Spielern dagegen arbeiten. Und ja, unser Spiel durchziehen dann vor allem unsere Offensiv-Qualitäten einsetzen. Und natürlich das Wichtigste für uns wird morgen sein, dass wir die Null halten. Vielen Dank. Wir sind ja konzentrati dal primo minuto, non come abbiamo fatto prima, nei primi 30 Minuten della partita, dove abbiamo dormito, per dire. Noi daremmo il 100 Prozent dal primo minuto. Vogliamo imporre il nostro gioco, essere pericolosi, soprattutto sotto porta, e alla fine anche tenere la porta inviolata. Flau? Es hat sich viel verändert im Gegensatz zur letzten Saison, aber wie wichtig es ist für die Mannschaft, dass man weiß, wie man diesen Gegner schlagen kann. Europa League Achtelfinale, hat man hier 13 gewonnen. Sind ein paar Spiele noch dabei von damals? Ja, wir haben ein paar Spiele, das war auf dem Platz für dieses Spiel. Ich denke, das ist wichtig. Sie verstehen diese Gegner ein bisschen. Wir haben mit uns als Trainerstab diese zwei Spiele wieder gesehen. Aber wir verstehen diese Gegner, und es ist nicht so abhängig zum letzten Jahr. Es ist eine neue Mannschaft hier, und auch ein neuer Trainer, ein paar neue Spiele für Neapel. Aber die Art und Weise für Neapel ist ähnlich. Wir müssen bereit für einen guten Gegner, sehr gut mit dem Ball im Ballbesitz, und gut mit der schlaue Bewegung von allen die Angreifspielern. Ja, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für uns. Aber wieder, wir sind begeistert und bereit für diesen Moment. Es ist auch viel Spaß für uns. Okay, dann habe ich die Frage. Sind diese Gesellschaften geändert, nach dem letzten Mal in Europa League? Was kann man sagen, die Antwort auf das Thema? Beh, sind die Spieler, die in der März, die in Europa League gespielt haben, haben die Erfahrung schon über diese Gegner gebetetern, das sicher wird, und wir haben auch die Anwohnern, die zwei letzte Partite, die haben wir diskutiert, gegen Napoli. Und zwar hat er ein paar Kusina, ein neues allenatore, aber in total, kann man sagen, dass es nicht mehr verändert hat. Wir sind pronti, 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 Es ist eine schwierige Herausforderung, das wissen wir, aber wir sind pronten, wir sind pronten, wir sind pronten, wir sind pronten, für eine gute Partite, wir sind pronten. So, ja, es ist interessant mit den zwei Spielen nur zwei Wochen, aber was ist wichtig, ist zu finden, einen Vorteil in diesem Spiel, und dann können wir vielleicht reagieren durch das Spiel, und ganz sicher dann eine Strategie für das nächste Spiel ist wichtig auch, aber in diesem Moment ist es, verstehen diese Gegner und was wir müssen auf dem Platz machen, und die andere Themen sind für zwei Wochen von jetzt. Allora, certo, è molto interessante, visto che la partita di ritorno sarà poi in due settimane, ma noi, non so, se vogliamo ottenere, cercare di ottenere un vantaggio in questa partita di domani, ci concentriamo su questa partita di domani e poi si vedrà come sarà la strategia per la partita a Napoli, ma ora è importante che ci concentriamo sulla partita di domani e nient'altro. Wober, hai giocato con Younes all'Ajax, che ricordo hai di lui e se in questi giorni l'ai sentito prima di questa partita? Du hast bei Ajax mit Younes zusammengespielt, was für Erinnerungen hast du an ihn, und habt ihr euch vielleicht auch schon geschrieben oder gehört jetzt in den letzten Tagen? In der Aufstellung? Noch nicht, noch nicht. Ich kenne ihn sehr gut von Ajax, wir haben damals sehr viel zusammen gemacht, er hat mich damals aufgenommen quasi, er hat mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen, aber ja, er ist ein super Typ, super Spieler, unangenehm zum Spielen, aber ja, wir haben uns noch nicht gehört, wir haben uns noch nicht geschrieben, aber ich glaube, das wird sicher halt noch passieren. Christoph. Max, du hast vorhin gesagt, ihr werdet sicher nicht wieder die Startphase verschlafen, was macht dich da so sicher, und wie hat Jesse mit seinem Trainer, dem versucht, eure Sinne zu schärfen, nachdem das zuletzt das eine oder andere Mal nicht so gut funktioniert hat? Naja, wir sind eine junge Mannschaft, für die für viele Spieler das erste Mal war, auf der richtig großen, oder sogar auf der größten Fußballbühne der Welt zu spielen, vor so vielen Zuschauern, und dann noch gegen die beste Mannschaft der Welt, ich glaube, da ist bei vielen einfach zu viel Respekt da gewesen, und daraus haben wir gelernt, wir haben dieses Spiel analysiert, wir haben extrem viel mit unserer Viererkette trainiert, uns darauf vorbereitet, uns angeschaut, was wir falsch gemacht haben, und ja, wir sind uns, glaube ich, sicher, dass wir diese Fehler nicht nochmal machen werden, natürlich wissen wir, dass wieder extrem viel Qualität auf uns zukommt, und dass es nicht einfach wird, ja, aber wir sind gewappnet, wir sind gut vorbereitet, und wir sind gut motiviert. Allora, la domanda era, che già prima avete accenato che i primi minuti che ve li avete persi nella partita contro Liverpool, come riuscite, o come volete fare domani, con la concentrazione, soprattutto nei primi minuti? La risposta? Ehm, noi siamo una squadra giovane, siamo giocatori giovani, era la prima volta a giocare in un stadio come quello a Anfield, contro una delle migliore, o la migliore squadra, in tutta l'Europa, anche in tutto il mondo. Magari abbiamo avuto troppo rispetto, soprattutto all'inizio, ma abbiamo imparato di questi errori che abbiamo fatto, l'abbiamo studiato, anche quella partita, soprattutto, anche con la difesa, la difesa a quattro, e non vogliamo sbagliare più, abbiamo imparato di quello, sappiamo che giochiamo contro una grandissima qualità, ma noi siamo ben preparati. Mister, salve, il suo sfogo negli spogliatoi di Anfield ha fatto il giro del mondo, si ha intenzione di ripeterlo, anche alla vigilia della gara contro il Napoli per caricare un po' la squadra e poi se Haaland sarà titolare o meno. Grazie. L'ultima parte? Se Haaland è titolare domani o meno. Sala. Haaland. Haaland. Haaland, ha un giro per noi. Ja, ja, genau, ob der morgen spielen wird, von Anfang an. Und die erste Frage ist, dass Ihre Aktion da in diesem Tunnel von Liverpool da sehr bekannt und sehr ausgestrahlt worden ist. Gedenken Sie sowas gleiches auch vielleicht gegen Neapel jetzt zu tun? Ja, Erling ist bereit für morgen und wir denken erst in die Aufstellung und bereit für alles. Ja, wir haben, ich denke, bei dieser Hauptzeit wir haben keine Kamera in der Kabine, aber wir werden sehen. Aber was ist wichtig, ist, dass unsere Mannschaft ist bereit für diesen Moment und, ja, und dann wir benutzen heute, morgen für vorbereitung und dann bereit für alles auf dem Platz. Okay, allora, Sala. 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 Il giocatore sarà a disposizione, sarà pronto per la sfida di domani e poi, per quanto riguarda quello che è successo a Liverpool, come sappiamo qua non c'è una videocamera per registrare qua nel da tempo, ma è importante è che la squadra si trovi pronti per affrontare quella squadra fortissima. Ci concentriamo su quel momento, oggi, domani e poi anche durante la partita. Michael. Jesse, konkret noch mal zu Erling. Er hatte jetzt körperlich schwierige Wochen hinter sich. Er hat jetzt gegen Sturm die ersten Minuten wieder gesammelt. Wie weit ist er schon? Wie weit ist er von seiner Top-Form entfernt? Er ist in der Nähe. Ja, und so es ist immer schwierig direkt nach drei Wochen nicht in Training und alles. Er hat die Top-Form und alles. Aber er hat gut getrainiert gestern und letzte Woche auch. Und dieses Spiel gegen Sturm war nicht so einfach. Es war eng und sehr kombativ. Die Art und Weise von dem Spiel morgen ist ganz anders und er wird sicher bereit sein. Er wird sicher sicher bereit sein. Okay, la domanda sul giocatore Elling che fisicamente ha avuto dei problemi ultimamente che è tornato in squadra ha giocato anche contro Graz sarà pronto per giocare domani o scendere in campo cosa pensi? La risposta? Lui è vicino di essere recuperato al 100% ovviamente essendo fuori per tre settimane ci vuole un po' di tempo per rientrare ma se l'ha allenato bene posso dire era una difficile partita che ha disputato contro Graz ma domani sarà un'altra partita e lui si troverà pronto per sfidare quella partita di domani. Questa Frage noch an den Max du hast ganz am Anfang bei der Frage nach dem Videostudium ein bisschen schmunzeln müssen was war da so besonders? Wir haben Gott sei Dank nicht alle zehn Spiele 90 Minuten lang geschaut aber ja wir bereiten uns sehr gut vor beziehungsweise schon sehr sehr viel video aber natürlich für un Spieler wir wollen natürlich mehr am Platz sein und weniger jetzt im kino und Spiele analysieren aber Gheot dazun ist auch wichtig und ich glaube das ist auch ein großer stein von unserem Erfolg denke Ok Prima il giocatore doveva sorridere quando abbiamo parlato di die 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 partite che analizzate le ultime dieci partite del Napoli perché la risposta ebbene non abbiamo guardato tutti dieci partite tutti i 90 minuti per quello poi ho sorriso un po ma siamo sempre preparati bene ci prepariamo sempre bene noi giocatori vogliamo scendere in campo vogliamo giocare non vogliamo analizzare troppo essere in un cinema guardare troppi film perciò per noi preferiamo di scendere in campo buongiorno Luigi Giordano di Pianeta Napoli volevo chiedere al mister lei è giovane e ha fatto molto bene nella MLS americana è davvero convinto di poter eliminare Klopp o Ancelotti che sono due allenatori famosi che hanno già vinto questa competizione Also ein junger Trainer sehr erfolgreich in der MLS sehr erfolgreich gewesen jetzt gegen Klopp und gegen Ancelotti zwei Größen aus dem operatischen Fußball glauben Sie dass Sie diese Trainer schlagen können Ja für mich wichtig ist dass die Mannschaft bereit für dieses Spiel es ist nicht ich gegen Ancelotti Gott so danke oder ich gegen Klopp ist unsere Mannschaft gegen die Gegner und das ist immer unter Fokus was wir machen auf dem Platz was machen wir auf dem Platz Allora per me non è importante per me importante la squadra che si trova pronta a affidare queste partite contro queste squadre non è Ancelotti contro di me o Klopp contro di me siamo noi contro il nostro avversario e questa è la cosa più importante in questo senso Napoli ha mit Merton Sincine Calichon Lozano 4 spieler in der offensive die kleiner als 1 80 sind aber dafür eine enorme Geschwindigkeit in den Angriffs Fußball mitbringen wie kann man das am besten verteidigen und wie wirkt sich das auch auf die Aufstellung aus so sie haben diese drei Spiele sie haben auch ein paar große Spiele oder Spiele gut in der Strafraum mit Joriente sie haben Flexibilität mit der Mannschaft wer spielt vorne was wichtig für uns ist dass es nicht ein angenehmes Spiel für alle ihnen wir haben guten Druck mit unseren Vornaspielern aber auch gute Bewegung gegen den Ball für die ganze Mannschaft und wenn der Ball ist breiter und sie spielen mit viel Flanken Ball wir sind gut mit Bucks Bucks Besetzung und Bucks Verteidigung nicht so einfach es ist einfach zu sagen mit Video oder sprechen über auf dem Platz aber zu machen sicher dass wir sind klar für den Moment und für die Schnelligkeit für die Spielform von den Gegner und von den individuellen Spielern Es ist wichtig dass unsere Mannschaft ist bereit und hat gute Disziplin und Konzentration für diesen Moment Ok Allora La scuola Napoli ha grandissimi attaccanti come Insigni Lozano e così via con molta velocità Lei come pensa di affrontare questo attacco molto veloce la risposta ci sono altri giocatori attaccanti come Jurente per esempio anche Millie che sono un po più alti sono molto flessibili soprattutto in attacco e poi vedremo chi giocherà chi scenderà in campo ma la cosa più importante per noi è difendere bene di pressare bene di muoverci bene in campo e soprattutto anche impedire gli attacchi sulle fasce del Napoli non sarà facile quello lo sappiamo di trasmettere tutto questo in campo in quel momento ma ci proviamo ce lo vogliamo giocare siamo pronti ci incontriamo pronti siamo pronti dobbiamo anche essere disciplinati soprattutto in campo abbiamo una ultima domanda per l'allenatore sono Alessandro Alciato di Sky Italia prima lei ha detto che non è una sfida contro Klopp oppure nel caso della partita domani contro Ancelotti ma una sfida fra le squadre però quando lei vede Ancelotti sulla panchina avversaria cosa pensa un giorno mi piacerebbe diventare come te oppure adesso a te ci penso io mi piacerebbe batterti proprio per quello che sei gut also si ha detto non il privato duel zwischen Ancelotti e Klopp e loro ma si duelliranno quasi ma se Ancelotti a der banca sitz in se cosa denken si in dem moment si magari che voglio essere come er o voglio tentare di schlagen o cosa sono die gedankenspiele che si hanno Mit Klopp vielleicht ich habe gedacht er ist viel groß sehr sehr groß aber ganz ehrlich es ist es ist Fokus für unsere Mannschaft so ich verstehe die Frage Ancelotti ich in diesem moment ist für uns ja in unserer Mannschaft so das ist was ist die wichtigste thema ok quello che posso dire su Klopp è che è una persona altissima è grandissima come persona lui e poi la cosa più importante come ho già detto prima che noi dobbiamo concentrare sulla nostra squadra io certamente ovviamente ho seguito anche Ancelotti dal Real quando sono dal Real del Bayern Monaco anche Milan l'ho visto ma in questo momento come ho detto già prima la cosa più importante è che ci concentriamo sulla nostra squadra l'ho 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 l'ho